Ich hab mir heute den Battle Pass gekauft. So, keine Ahnung warum. Und noch diesen Skin. Schreib mal in die Kommentare, ob ihr es schafft, so zu sparen oder nicht. Ich kann nicht sparen, ne? Egal was ich mache, ich kann nicht sparen mit V-Bugs. Na, ich muss irgendwie ausgeben, keine Ahnung warum. Hm, was soll ich denn spielen? Lasst uns versuchen, Leute, unsere Teammates zu trolling. Und vielleicht finden wir auch einen Deutschen. Was war? Hatte ich gesagt. Was geht Leute, ihr könnt gerne mitspielen, ihr müsst mir einfach eine Freundschaft Wartet mal kurz Leute, so Leute, ich bin wieder da Schreib dann in die Kommentare, ob ihr den Battle Pass geil findet oder nicht so brevo Die springen jetzt schon raus, sind das wie die Idioten, Digga Leute, ihr müsst ihr einfach eine Freundschaft in Frage schicken, dann nehmt ihr an, dann können wir zusammenspielen, schreib dann so, also so wie Abo zocken Ich weiß nicht, ist meine Grafik gut? Das ist ein richtiger Ehre, Mann, er macht Beuses Abo zocken, er macht fort mit Abo zocken Ich mach richtig Bock mit dem, mit dem Bruder, Bruder Er ist auch voll nett, Digga, er hört auch viel auf die Community und so Ach komm halt's Maul Ernsthaft? Bruder Joy hab ich schon Voll geil geworden, ich schwöre Leute, checkt mal alle von beiden YouTube das neue Intro aus Hey Bruder Joy, kannst du für mich auch ein Intro machen? Ich krieg das nicht hin, Digga Ich hab auch kein PC so zum bearbeiten, ne? Hey Joy, schreib mal kurz in die Kommentare, hast du Zeit, dann können wir zusammenspielen Äh, Joy, schreib mal kurz, kannst du online kommen oder nicht? Hey, die ist geil Bruder, ich mach die rein Guck mal wie krass die ist, warte Guck mal wie krass die ist, ich schwöre Ah, okay, schade Ey, die ist auch krass Bin in 10 Minuten, okay Ey, das ist krass, ich schwöre, diese Leute, die feiert ihr diese, ähm Lackierung oder nicht, so Ey, danke Joy, ihre Ich schwöre, irgendwie die Sniper ist voll krass, ich weiß nicht warum Ich meine, diese Farbe, sieht ihr? Das sieht so aus wie so Deadpool Kann das sein, dass die von Deadpool ist? Ich kenn mich nicht so aus mit diesem ganzen Deadpool Shit und so Komm schon an Brutus Sieht übelst heftig aus, Alter Leute, ich versuch mal so Leute zu trollen Ey, hör mal auf mich einzuladen Ja, sonst entfreund ich dich Ey, fuck der gerade ab, der eine Ey, fuck der gerade ab, der eine Joy Egal, komm, einfach ziehen Ich muss einfach rein gehen, Leute Juckt nicht, oder nicht? Ey, ich finde dieser Brutuskin das hängt Ich kann nicht so hässlich, ich schwöre Ich dachte so, der Typ, der, dieser Skin, der ist übelst hässlich und so Aber er ist ja gar nicht Ich finde ihn nämlich schon geil, ne? Leute, wenn ich kann auch, ich kann auch pushen Und falls ihr, wenn ihr so Bock habt, so auf Brutus, so ähm Paar mit so äh, also so Brutus mit uns zu spielen, Leute Dann checkt, dann checkt mein Brutuskanal ab Massey Brutus Also Massey Deke Brutus Dann mache ich Brutus Videos Ich hab das jetzt eins oder so Aber ich bin jetzt so aktiv auf dem Account, weil Ich spiele halt mehr so Äh, ich spiele halt mehr so USG-Anstatt, äh, right Das Leute, das Ähm, mitte Bruder, was wird so? Leute, hier könnte man die Kommentare schreiben, ob ihr mehr in die Mitte da halt woanders geht Weil ich gehe fast immer in die Mitte Leute Ja Ja Ich gehe fast immer in die Mitte Leute Ja Ich schreibe an die Kommentare, ob ich mehr Äh, Leichthems machen soll, weil dann mache ich das, ich versuche ja täglich Leichthems zu machen Also bis jetzt mach ich halt so Äh, glaub ich Ich versuche täglich, aber das wird durch ihn gehauen, Digga, weil ich hab Ich schule und so Und das fack ab Digga, weil ich kann so halt halt, ich hab keine Zeit und so Das nervt übel Ja, guck was ich mit dem machen würde Ja, oder? Ha! Zeig dir mal, wo deine Partner sind, du Hund Du, das ist eigentlich schon ganz gut, Digga Du, das ist eigentlich schon ganz gut, Digga Oh mein Gott hat's mal Ne, die gar nicht mit mir Oh, wie brutal, ey Komm mal runter Komm mal runter, Bruder Der kommt direkt Schüche, das ist ja richtig, ist ein Film, Alter Ey, helf mir mal Ey, ich hasse die Manch haben die so Ey, aber manchmal nicht, Digga Was, die war nur Was hier Ey, Digga, könnt ihr mir mal helfen Ich bin hier Bruder Bruder, helf mir doch einfach, ich bin über dir Ey, helf mir bitte, Digga Danke, Bruder, du auch Ey, guck mal, wie der mich hier liegen lässt, ich schwöre Guck mal, der ist da und ich bin hier Oha, Bruder, was für ein Ehrenloser Habt ihr das gesehen? Ey, lass mich einfach liegen, Bruder Das ist ein Ehrenloser Ey, lass mich einfach liegen, Bruder Das ist ein Ehrenloser Bruder, ihr war nur Ich hab dir gefolgt Ich hab dir gefolgt Ich hab dir Abo geschenkt Aber der brutus Kind, Bruder Der ist mächtig, ich schwöre Hier So, ich konnte mir jetzt so einen für so 1200 V-Bucks kaufen Aber der ist hässlich Ja, okay, der geht, der ist hässlich Aber der ist hässlich So, ich konnte mir jetzt so einen für so 1200 V-Bucks kaufen Aber der ist hässlich Aber der ist hässlich Ja, okay, der geht, der ist hässlich Bruder, aber warum hast du hier geschrieben? Ich schwöre, als ob... Was ist mit den Kommentaren heute los, Alter? Ich hab elf Kommentare Ist meine Grafik gut, Digga? Schreib mal kurz... Äh, ja, okay, Ivone Da können wir ja zusammen zocken Hast du Headset, Ivone Schreib mal, hast du Headset? Lazy, Bruder, ich weiß nicht Ja komm, lass Lazy Geil, Ivone Da können wir ja ein bisschen zusammen zocken Weißt du, diesen Brutus ging ja oder nicht so Ich finde ihn isig Ich find der ist schon mächtig Der hat was Ich weiß, der hat irgendwas, oder? Ihr habt ja auch so teammäßiger Die sieht euch manchmal so richtig liegen lassen Wie eh bin ich Ich war vor dem was macht Der lässt mich liegen, der Rund Richtig 31 Ich bin ein Dreißiger Ey guck was ich mache Guck was ich mit dem mache Guck 32 Was ist 32? Oder was 32? Was ist da? Was ist? Die? Die что Die 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 keine märz der war krass bruder ich hab dir die ehre genommen du hund Wasser 1 und 3 bruder was machst du da mit schreibst du in die kommentare Da oben ist gegner Hat er ist so ein ehrenloser hast du siehst du gehopst habe Ja kann ich nicht Ey helf mir helf mir bitte helf mir bruder ey helf mir Ehre nein Ja fertig bruder lädst du hoch Lädst du hoch Joey oder schickst du mir das über Whatsapp oder so Heimisch mal Ehre Ey wenn du jetzt die wetten der kloppt in die AR Ach was Ist fertig Joey nice Äh komm kannst du nicht ankommen Warum nimmt keiner die Karte alter Ich hab auch wieder so übelstlose teammates ne Ey guck dir den an Ey Leute das seht ihr die Tieren was packt manchmal ultra ne Ey ich weiß nicht waren da noch Minis nein ne Beide sind welche Digga Ey diese Mets Digga das fuckt mich so ab Da hinten Bro das ist Banana Squad tschüss Hau ab Digga schädigst mit dem Banana Gang Ich hör Banana Gang alter tschau ich versteck mich Banana Squad bruder hast du gesehen Ey Banana Squad ich hab dir nichts getan Okay ich hab dich vielleicht angegittelt ja und Banana Squad lass mich in Ruhe Ciao Ey der ist hier oben drinnen Seil Ey der ist hier oben drinnen Ey ich bin Ey 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 du jetzt guckst du jetzt ja warte ich guck kurz warte es kommt doch so ein hund warte ich muss kurz hätte ich muss regeln ich habe gesagt ich werde regeln er hat alles die wetter wirklich alles warte ich gucke warte intro für jetzt gerne mal exakt bruder joe ist krass geworden danke danke warte leute danke joe für das meiste intro ist krass geworden und jetzt mal kein shit das ist standard skillet nicht wartet mal so hier so ich habe geguckt joe dank ist voll krass geworden ich habe in die kommentare welches sie mir besser fandet ich persönlich fand wirklich so die von allen ne fand ich wirklich mit abstands diesen vier war die beste warte mal leute schock was muziek an du bist für die kundigen guck mal wo die sind, guck mal, die gehen, die, 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 die drecks, die letzten die sind, guck mal, die sind, guck dir den an, guck dir den an, die werden wir annehmen, Leute, kennt ihr Ex oder generell mögt ihr Ex, ich feier den Typ so hart, ja. ich habe kurz kurz nur kurz warum hat der auch ab jetzt mal ganz ehrlich hol doch die karte du idiot und ich habe die gegner gesehen oh mein gott Ich höre das nun wieder die Besten über. Ja Bruder ich mach dich schmott! Warte! Warte Joel! Was? Nein! Ich mach dich schmott! Ja jetzt gehts nicht. Joey ich kann kein was machen. Oder warte mal wie mach ich? Ah Playstation geht das nicht. Joey ich kann kein was machen. Ja okay bye Joey. Aber warte mal sie macht uns auch feinlich und geht das nicht. Okay bye Joey. Aber warte mal sie macht uns auch feinlich und geht das nicht. Ich weiß nicht was ich machen? Ich muss richtig pushen. Ich weiß nicht was ich machen. Ich muss richtig pushen. Ich hätte draufgehen, aber es ist egal. Ich hätte es gesagt. Ich habe gesagt Diga Ich habe gesagt Diga